Kirchert ist eine Gemeinde im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg. Geografie, geografische Lage Kirchert liegt im Nordwesten des Landkreises Heilbronn und gehört zur Randzone der Metropolregion Stuttgart. Nachbargemeinden Nachbarstädte und Gemeinden Kircherts sind Bad Rappenau, Massenbachhausen, Gemmingen, Eppingen, Ittlingen und Sinsheim. Mit Bad Rappenau und Siegelsbach ist Kirchert eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eingegangen. Gemeindegliederung Zu Kirchert gehören neben der Kerngemeinde Kirchert auch die Ortsteile Bärwangen und Bockschaft. Ein abgegangener, also nicht mehr bestehender Ort namens Lauterstein befand sich teilweise auf der Gemarkung Kircherts. Die Gemeinde Kirchert hat rund 5.500 Einwohner, von denen 3.700 im Ortsteil Kirchert, 1.400 im Ortsteil Bärwangen und 400 im Ortsteil Bockschaft leben. Im Flächenaufteilung nach Daten des Statistischen Landesamtes stand 2014. Geschichte Frühe Besiedlung durch Kelten, Römer und Alemannen Erste menschliche Spuren in Kirchert datieren auf die Bronzezeit zurück. Die erste Besiedlung auf dem heutigen Gebiet von Kirchert ist aus der Zeit der Kelten im 6. Jahrhundert vor Christus. Im Gewann kreuzend nachgewiesen, die Römer errichteten während ihrer Besatzungszeit von 90 bis 260 nach Christus. An verschiedenen Stellen in Civitas Alisinenses Straßen und Bauten zur Versorgung des Neckar-Odenwald-Limes. Darunter auch auf dem heutigen Gemeindegebiet eine Villa Rustike, die 1832 im Haftenwald gefunden wurde. So wie ein Gehöft mit Tiefbrunnen auf dem Schneckenberg. Eine wichtige Römerstraße verlief durch den heutigen Ortsteil Bärwangen, wo auch eine sogenannte Jupiter-Gigantensäule gefunden wurde. Mit dem Abzug der Römer aus den rechtsrheinischen Gebieten um das Jahr 260 und dem gleichzeitigen Vordringen der Alemannen verfielen die römischen Bauten allerdings wohl wieder. Erste Erwähnung im Lorscher Kodex und Bedeutung des Ortsnamens. Kirchert und seine Ortsteile werden wie viele andere Städte und Gemeinden im Norden des heutigen Baden-Württembergs im Lorscher Kodex erstmals namentlich erwähnt. Eine Klosterfrau Egilrath übereignete im Jahr 791 dem Kloster Lorsch einen Hof und dazugehörige Freiflächen in Villa Kyriath. Der Ortsname ist ein ursprünglicher Flurname und bedeutet möglicherweise Kirche im Wald oder Wald im Besitz einer Kirche. Bezeichnet wahrscheinlicher aber einen Wald in dem Kürweilenleben. Der Lorscher Kodex erwähnt auch erstmals den heutigen Ortsteil Bärwangen im Zusammenhang mit einer Schenkung im Jahr 793 sowie den heutigen Ortsteil. Bockschaft bei einer Schenkung des Jahres 829. Die Nennung als Villa deutet darauf hin, dass Kirchert damals erst am Anfang seiner Besiedlung stand. Da der Siedlungskern von Kirchert direkt an der nördlichen Grenze der früheren Bärwanger Gemarkung sowie nahe dem Quellgrund des südlich nach Bärwang und von dort aus weiter nach Richen fließenden Birkenbachs liegt, nimmt man an, dass Kirchert vom vermutlich älteren und einst bedeutenderen Bärwangen aus besiedelt wurde bzw. dass beide Orte sukzessive Richenergründungen waren. Im frühen Mittelalter bestand die Hohe Straße, genannte Straßenverbindung von Heilbronn nach Heidelberg, die von Heilbronn bis nach Sinsheim annähernd analog zur heutigen B39 verlief. Kirchert liegt etwas abseits dieser historischen Strecke am Rand der Kraichgau-Höge-Landschaft und ist von Feldern, Wiesen- und Eichenmischwäldern umgeben. Über Jahrhunderte bestand die Einwohnerschaft ausschließlich aus Bauern, die Felder bewirtschaftet und Schweine gemästet haben. Wichtige Futtermittel für die Schweinezucht waren dabei stets auch Eicheln, weswegen seit 1769 eine solche Frucht das Wappen von Kirchert ziert. Der Ortsname im 13. bis 16. Jahrhundert war Körkert im 17. und 18. Jahrhundert jedoch Kirchert und hat sich erst im 19. Jahrhundert wieder auf Kirchert verfestigt. Pfälzisches Dorf ab dem 14. Jahrhundert in Körkater Gewannnamen haben sich Hinweise auf eine Burg erhalten. So bestand ein Burghof als Erblänshof, der lange Zeit im Besitz des Dominikanerklosters Wimpfen war und es gibt ein Gewann in den Burggärten. Da es keinerlei Bodenfunde einer am Ort befindlichen Burg gibt, deuten diese Namen höchstwahrscheinlich auf die abgegangene Burg Lauterstein bei Massenbachhausen hin. Im 14. Jahrhundert gelangte der Ort an die Pfalzgrafen bei Rhein. Somit war Kirchert pfälzisch und blieb es zunächst unter dem Amt Steinsberg. Ab 1521 unter der Kellerei Hilsbach im Oberamt Musbach bis zum Ende der Kurpfalz im Jahre 1803. Die kirchlichen Rechte lagen dagegen seit dem späten 14. Jahrhundert beim Deutschen Orden. Der Dehnfrucht und Wein zehnt erhielt aber dessen Einfluss nach der Reformation der Pfalz 1556 schwand. Der Ort wurde in pfälzischer Zeit von einem Schultheißen geleitet, der durch die Landesherrschaft bzw. den Amtskeller in Hilsbach eingesetzt wurde und eine gewisse Selbstverwaltungsbefugnis hatte. Außerdem bestand ein Ortsgericht mit zwölf nach dem Dreißigjährigen Krieg auch mit nur acht oder neun Mitgliedern. Das erste Rathaus in Kirchert wurde um 1570 erbaut. Die Gemarkung des Ortes war im Mittelalter von einem Bandzaun umgeben und in Eigengüter von freien oder halbfreien Bauern sowie in als Erblähen an Bauernwerkhebnis Herrenland eingeteilt. Die Erblähen durften zwar nicht aufgeteilt oder geschmälert werden, unterlagen aber den entwicklungsgeschichtlichen Notwendigkeiten gezollten häufigen Bestandsveränderungen durch Tausch und aufgrund ihrer Vergabe. Als Kunke lehnt dem Auftreten einer Vielzahl von Anteilseignern. Die bäuerlichen Eigengüter hingegen mündeten durch Erbteilung in zersplitterter Parzellierung mit ebenso komplizierten Besitzverhältnissen. Außerdem verdichtete sich die ursprünglich lockere Siedlungsform innerhalb des Etters mit einem Anwachsen der Bevölkerung und der Höfe zu einem eng gedrängten Straßendorf entlang der heutigen Hauptstraße mit östlicher Ausbuchtung um die Kirche. Die 1496 erstmals erwähnte, aber wahrscheinlich wesentlich ältere Kirche teilte den Ort in Oberdorf, Mitteldorf und Unterdorf. Ursprünglich bestanden im Ort hauptsächlich strohgedeckte Holzhäuser. Nach der Pfälzischen Landesordnung von 1531 waren Wohnhäuser, Ställe und Scheunen künftig mit einem steinernen Fundament zu unterfangen. Nach einem kurfürstlichen Befehl von 1700 waren Strohdächer durch Ziegeldächer zu ersetzen. Nach dem Dreißigjährigen Krieg unter dessen Verwüstungen mitsamt der nachfolgenden Pest das gesamte Umland zu leiden hatte, gab es Kirchert noch etwa 80 Einwohner. Die Bevölkerung stieg dann bis 1686 auf etwa 280 bis zum Jahr 1746 auf 420 und bis 1774 auf 509 Einwohner an. Im Jahr 1701 gab der ruinöse Zustand von Kirche und Pfarrhaus Anlass zu einem Gutachten darüber, ob der deutsche Orden als Zehntempfänger auch für den Unterhalt der einfachen Kirche zuständig sei. Der Orden wurde jedoch nur noch für den steinernen Teil des Kirchdurms und das Pfarrhaus in die Pflicht genommen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstand unter Kurfürst Karl Theodor die Kirchertpass je Ende Schaussee. Eine neue Landstraße von Steins fuhr zur Posthalte ein nach Fürfeld, die die Hohe Straße genannte Alte Landstraße weiter nördlich bei Grombach ersetzte und der heute die B39 in diesem Abschnitt folgt. Die Intensivierung des Verkehrs in Kirchert führte um 1800 zum Wegfall der Pfeiltore und zur allmählichen Aufgabe der Begrenzung des Ortes durch den Etter-Übergang zu Baden im 19. Jahrhundert. Nach dem Ende der Kurpfalz kam Kirchert mit Dekret vom 27. November 1802 kurzzeitig zum neu gebildeten Fürstentum Leiningen, um dann ab 1806 gemeinsam mit Bärwangen und Borgschaft an das Großherzogtum Baden zu fallen, wo das Dorfe dem standesherrlichen Fürstlich-Leiningen-Schen Amt Hilsbach unterstellt war. Bis 1813 gab es noch Leiningen-Schehwögte, danach Großherzoglich-Badische Wögte und ab 1831 Bürgermeister. An die Stelle des Ortsgerichts trat der Gemeinderat. Um 1810 war das Renaissance-zeitliche Rathaus baufällig geworden, sodass es bis 1813 abgerissen und durch einen Neubau an selber Stelle ersetzt wurde. Um das Jahr 1800 hatte Kirchert etwa 750 Einwohner, die fast ausschließlich in der Landwirtschaft tätig waren, wohingegen in Bärwangen zu dieser Zeit bei etwa gleich vielen Einwohnern bereits einige Gewerbebetriebe verzeichnet waren. 1825 hatte Kirchert bereits 1.030 Einwohner erreicht, befand sich aber immer noch weitgehend in den Grenzen des mittelalterlichen Etters. Sodass großen Enge und soziale Probleme herrschten, über 100 Einwohner sind deswegen zwischen 1835 und 1860 meist nach Amerika ausgewandert. 1868 wurde die Bahnlinie von Heidelberg nach Heilbronn mit Bahnhof im benachbarten Grombach erbaut. 1876 wurde die Straße nach Grombach für damalige Verhältnisse verkehrsangemessen ausgebaut. 1880 wurde ein neues Schulhaus an der Heilbronner Straße errichtet. Einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung brachte ab 1885 die Ansiedlung von später insgesamt sieben Zigarrenfabriken in Kirchert, die den in der Umgebung wachsenden Tabak verarbeiteten und bei denen um 1900 bereits etwa 200 Personen in Lohn und Brot standen. Bis 1914 blieben diese Zigarrenfabriken allerdings auch die einzigen größeren Gewerbebetriebe in dem bäuerlichen Dorf, in dem inzwischen rund 1300 Menschen lebten. Der Baubestand wuchs von 1817 bis 1925 auf 210 Gebäude an. Adolf von Oechelhäuser führt in seinem 1909 erschienenen Verzeichnis der Kunstdenkmäler des Amtsbezirks Sinsheim in Kirchert im Wesentlichen nur die Kirche des Ortes auf. Die älteren Wohnhäuser würden, trotz ihrer Verwahrlosung zum Teil, wie in Richen, hübsche, künstlerisch bedeutungslose, aber malerische Einzelheiten an Vorbauten, Äckern, Treppenbedachungen u.dgl, aufweisen. Inflation und Weltwirtschaftskrise sorgten für weiter bestehende Armut und auch zunehmende Arbeitslosigkeit in Kirchert und den umliegenden Dörfern. Dennoch begann sich auch in Kirchert eine bürgerliche Kultur abzuzeichnen. 1910 war ein Volksturnfest des Elsenz-Törn-Gaus veranstaltet worden. 1920 konnte ein Sportplatz eröffnet werden. Im Jahr 1933 hatte Kirchert weiterhin etwa 1300 Einwohner. Bärwangen 750 und Borgschaft 130. Nach der Erhebung von Sinsheim zur Kreisstadt 1936 wurde aus dem Amtsbezirk Sinsheim der Landkreis Sinsheim dem Kirchert. Wie auch Bärwangen und Borgschaft angehörte wurden 1312 Einwohner gezählt. Ende 1945 waren es 1475 Kirchert nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Aufnahme von über 500 Heimatvertriebenen im Jahr 1946, die damit mehr als ein Viertel der Einwohner stellten, sorgte für eine weitere Verschlechterung der Lebensbedingungen und weitere Arbeitsplatzknappheit. In der Nachkriegszeit beherrschten noch Handarbeit und Wiegespanne den bäuerlichen Alltag. Die Mechanisierung der bäuerlichen Arbeitsweise setzte nach der Währungsreform 1948 ein und brachte weiteren Arbeitsplatzmangel. In den 1950er Jahren kam es daher zu einem starken Wegzug der angestammten Bevölkerung. Gleichzeitig unternahm die Gemeinde Anstrengungen, für angemessene Unterkünfte und für die Schaffung regionaler Gewerbestrukturen zu sorgen. Erste Gewerbegebiete wurden ausgewiesen und einige Industriebetriebe siedelten sich an. Zu den ersten Nachkriegsunternehmen in Kirchert gehörte ab 1948 die Spielzeugfabrik Clemens. 1963 wurde das Neubaugebiet Schneckenberg erschlossen, 1965 DK Sekunden gewann, kurzer See unterhalb des Haftenwalts als neues Gewerbegebiet ausgewiesen. 1966 folgten die zwei Neubaugebiete hinter den Dorfgärten und Steinecker. Für wirtschaftliche Impulse sorgten zur selben Zeit der Bau der Autobahn A6 von Heilbronn nach Mannheim und die teilweise damit verbundene Flurbereinigung sowie nach 1968 die Verwaltungsreform in Baden-Württemberg. Viele der bis dahin nicht befestigten Straßen wurden asphaltiert und sorgten für eine bessere Verkehrsanbindung. 1967 wurde das Rathaus von 1813 abgerissen, um die Ortsdurchfahrer verkehrsgünstiger zu gestalten, und ein Rathausneubau im Neubaugebiet hinter den Dorfgärten bezogen. Ab 1968 wurde auch ein Schulneubau errichtet und danach das alte Schulgebäude von 1880 abgerissen. Die Einwohnerzahl im Jahr 1970 betrug rund 1950 Personen. Im Zuge der Gemeindereform wurden am 1. Juli 1971 Borgschaft und am 1. September 1971 Berwangen als Ortsteile in die Gemeinde Kirchert eingegliedert. Mit der Kreisreform zum 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Sinsheim aufgelöst. Und Kirchert kam zum Landkreis Heilbronn und damit zur neu geschaffenen Region Franken. Kirchert zählt damit zu den wenigen badischen Gemeinden in württembergischen Landkreisen. Am 1. Januar 1975 wurde eine vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Bad Rappenau und der Gemeinde Siegelsbach gegründet. Innerhalb der die einzelnen Gemeinden jedoch selbstständig blieben. In den 1970er Jahren setzte eine Verödung der Dorfmitte ein, nachdem öffentliche Einrichtungen und angestammte Bevölkerung von dort allmählich in die Neubaugebiete abwanderten. Die Gemeinde forcierte ab 1978 daher Abriss- und Sanierungsmaßnahmen, wurde aber als Gewerbegemeinde eingestuft und 1979, 80. vorerst nicht in das Programm Dorfentwicklungsmaßnahmen des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Erst im Spätjahr 1984 erfolgte die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm des Landes. Der Abschlussbericht der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg bescheinigte im Januar 1986 Renovierungsbedarf für 96% der Gebäude. In dem rund 10 Hektar großen Sanierungsgebiet in der Ortsmitte. Anschließend wurde ein Gestaltungswettbewerb Neugestaltung Ortsmitte ausgeschrieben. Auf Grundlage dessen Abriss- und Sanierungsmaßnahmen erfolgten, die das heutige Bild der Ortsmitte prägen. In der Gesamtgemeinde Kirchert sind heute Handwerks-, Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen ansässig. Die zusammen etwa 1500 Arbeitsplätze bieten Religionen als pfälzische bzw. helmstädtische Dörfer waren Kirchert und Bärwangen mit ihren spätmittelalterlichen Kirchen bereits im 16. Jahrhundert reformiert. Katholiken haben sich erst später wieder angesiedelt. 1701 lebten vier Katholiken in Kirchert, 1809 zählte die katholische Gemeinde 46 Personen. 1810 wurde eine erste katholische Kirche in Kirchert an der Heilbronner Straße erbaut, die um 1960 abgerissen und durch einen Neubau in der Waldstraße ersetzt wurde, der Sankt Egidius, dem Kirchenpatron der vorreformatorischen Dorfkirche, geweiht wurde. In Kirchert und Bärwangen gibt es heute jeweils eine evangelische Kirchengemeinde. In Kirchert außerdem eine katholische Kirchengemeinde und eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Durch den seit den 1960er Jahren erfolgten starken Zuzug von Migranten gibt es unter Bevölkerung auch Muslime und Angehörige der syrisch-orthodoxen Glaubensrichtung. Alleine etwa 800 Aramäer machen mittlerweile rund 15% der Kyrkater Bevölkerung aus und haben die 2005 geweihte Kirche im Moer Gabriel erbaut. Die syrisch-orthodoxe Kirche in Baden-Württemberg hat ihren Sitz in Kirchert. Eine jüdische Gemeinde mit Synagoge und einem jüdischen Friedhof bestand lediglich im heutigen Ortsteil Bärwangen. In Kirchert dagegen lebten ab der Mitte des 17. Jahrhunderts nur vereinzelt Juden. 1825 wurden neun Juden in Kirchert gezählt, 1875 war es nur noch ein einzelner. Politik, Gemeinderat und Ortschaftsrat Der Gemeinderat Kirchertz hat nach der Kommunalwahl vom 7. Juni 2009 14 Sitze. Die Wahl führte zu folgendem Ergebnis. FUW 36,43% 5 Sitze SPD 33,19% 5 Sitze CDU 30,38% 4 Sitze Weiteres Mitglied des Gemeinderates und dessen Vorsitzender ist der Bürgermeister. In der Ortschaft Borgschaft gibt es zudem einen Ortschaftsrat mit vier Mitgliedern. Auf seinen Vorschlag hin wählt der Gemeinderat einen ehrenamtlichen Ortsvorsteher. Diese Gremien sind zu wichtigen, die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten zu hören. Wappen und Flagge Die Blasonierung des Körkaterwappens lautet, in Silber auf waagrechtem grünem Zweig eine steigende grüne Eichel. Die Gemeindeflagge ist grün-weiß. Die Eichel im Körkaterwappen weist vermutlich auf die zweite Silbe hart im Ortsnamen hin. Die so viel wie Weidewald bedeutet, Weidewälder dienten früher unter anderem der Mast des Wies mit Eicheln. Das Wappen findet sich erstmals in einem Gemeindesiegel von 1769 und wurde 1901 vom Generallandesarchiv farbig gestaltet. Die Flagge wurde am 31. Januar 1980 vom Landratsamt Heilbronn verliehen. Kultur und Sehenswürdigkeiten Bauwerke und Sehenswürdigkeiten Die evangelische Kirche geht auf die ursprüngliche Pfarrkirche des Ortes zurück, die 1496 als Sankt-Egedius-Geweiht erstmals erwähnt, zuletzt 1790 erneuert und 1898-99. in ihrer heutigen Gestalt erweitert wurde. In der Kirche ist ein Taufstein aus dem 15. Jahrhundert sowie eine Ofermannorgel von 1821 erhalten. Die katholische Kirche Sankt-Egedius wurde 1960 einundsechzigstel anstelle einer älteren katholischen Kirche erbaut. Die syrisch-orthodoxe Kirche im Moer Gabriel wurde ab 1994 erbaut und 2005 geweiht. Punkt, 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 Punkt In der Ortsmitte haben sich einige Hofgebäude aus der Zeit der Renaissance erhalten, darunter ein Wohnhaus von 1578 im Burg Gärtenweg. Markante Gebäude der Bautätigkeit späterer Zeit liegen direkt an der den Ort durchquerenden B39 mehrere historische Hofgebäude und Gasthöfe, die bis ins 17. Jahrhundert zurück datieren. Das alte katholische Schulhaus nach Plänen von Christoph Arnold von 1839 mit vier auffälligen kreuzförmigen Fenstern in der Heilbronner Straße. Das Gebäude Grombacher Straße mit markantem Fachwerkgiebel und das Haus Hauptstraße 44. Kriegerdenkmal zu Ehren der Kriegsteilnehmer 1870-71. Beton-Lattenzäune Punkt, 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 Punkt Sport und Freizeit Kirchert besaß ab 1925 ein Freibad und verfügt seit 1974 über ein Hallenbad. Der neue Sportplatz im nordöstlich des Ortes gelegenen Gewannkettend entstand 1976-77 unter Mithilfe amerikanischer Soldaten. Regelmäßige Veranstaltungen alle zwei Jahre findet im Ortsteil Borgschaft das Köckhatterdorf-Fest statt. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr Kirchert liegt an der A6 und an der B39 zwischen Heilbronn und Sinsheim. Die nächsten Bahnhöfe befinden sich in Bad Rappenau, Sinsheim und Eppingen. Haltepunkte von Nebenstrecken befinden sich in den Nachbarorten Grombach und Gemmingen, wo außerdem die Kraichgau-Bahn verkehrt, die von der Heilbronner bzw. Karlsruher Stadtbahn befahren wird. Medien Über das Geschehen in und um Kirchert berichten die Tageszeitung Reichgau-Stimme sowie Rhein-Neckar-Zeitung. Bildung Etwa 550 Schüler aus Kirchert und seinen Ortsteilen besuchen die Birkenbach-Schule, eine Grund- und Hauptschule mit Werk-Realschule. Die Hauptschule wird dabei als offene Ganztagsschule geführt. Die Gemeindebücherei Kirchert hat einen Bestand von etwa 14.000 Medien. Die Volkshochschule Unterland unterhält in Kirchert eine Außenstelle. Wirtschaft In Kirchert und seinen Ortsteilen sind zahlreiche mittelständische Betriebe aus verschiedensten Branchen ansässig. Eine der jüngsten Gewerbeansiedlungen ist die 2009 errichtete Tiefdruckerei der Firmengruppe APPL. Die Grundversorgung der Bevölkerung ist in den Ortsteilen Bärwangen und Borgschaft jedoch stark rückläufig. In Borgschaft besteht keine Einkaufsmöglichkeit. Persönlichkeiten Ehrenbürger Ehrenbürgerrechte dieser Personen gemäß der Gemeindeordnung Baden-Württemberg mit deren Tod erloschen sind. Im September 2010 wiederholte der Gemeinderat diese Feststellung. Am 12. April 1984 wurde die Ehrenbürgerwürde an den langjährigen früheren Bürgermeister Heinz Mark im Amt von 30. Oktober 1965 bis 31. März 1984 Verliehen mit dem Tode Marx im Februar 2006 erlosch auch dessen Ehrenbürgerrecht, sodass Kirchert gegenwärtig keine Ehrenbürger hat. Söhne und Töchter der Gemeinde Ludwig Karl Dietzinger, geboren in Bärwangen, lutherischer Theologe. Julius Keller, geboren in Bärwangen, Philologe. Söhne und Töchter